Laura Binsky mit Under the Sun, We Are One. Und da muss ich sagen, jetzt wo es das Lied zu hören gibt, was, das soll vom Ralf Siegel sein? Kann ja nicht sein. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist wirklich gut. Also da kann ich, ich kann das gar nicht fassen, dass das von dem sein soll. Also jedes Mal, wenn irgendwas war vom Ralf Siegel, ja beim ESC, dann dachte ich immer, oh nee, hört der denn nicht endlich auf jedes Mal dieselben Kacklieder und so. Alle langweilig und so. Aber das ist voll gut. Das gefällt mir. Ich bin von mir selber erschreckt. Ich habe Angst vor mir selber, weil mir das tatsächlich gefällt. Also ich würde ja am liebsten sagen, so ein Dreck, so eine miese Scheiße. Nein, ich kann gar nicht. Schlimm. Also eigentlich sozusagen Laura Pinsky, Casting-Ex. Also da bin ich so eine Casting-Tante. Da bin ich schon mal skeptisch ohne Ende, die sozusagen solche Leute, die schon sozusagen es bei mehreren Castings und so sozusagen nicht geschafft haben. Ja, dass sie dann immer wieder mit noch mal probieren, noch mal probieren, noch mal probieren und so. Auf verschiedensten Wegen. Bin ich eigentlich skeptisch. Ähnlich ist ja beim Ralf Siegel sozusagen. Der will es immer wieder, immer wieder, immer wieder und nichts funktioniert. Nichts ist wirklich gut genug. Aber eigentlich, eigentlich sozusagen widerstrebt das eigentlich allem, was ich so eigentlich sozusagen gut finden würde vom Prinzip her. Aber es ist tatsächlich ein gutes Lied. Also die Laura singt top und die Komposition des Songs ist auch top. Natürlich sozusagen ist es jetzt nicht technisch krass ausgefeilt. Also da gibt es natürlich vom technischen, stilistischen her wesentlich bessere Songs beim ESC. Aber hier stimmt die Komposition. Also ich bin zwar nicht ganz zufrieden mit der Soundart, also sozusagen, also ich würde andere Snares, andere Basskicks verwenden. Auch das Klavier finde ich so. Das klingt mir zu, zu Plastikblechern, Synthi. Und auch die Technoelemente sozusagen, die können sozusagen eine andere Klangfarbe haben sozusagen. Wobei die technoartigen Elemente mir schon eher zu sagen. Aber an sich ist es nicht schlecht zu sagen. Man kann sich damit arrangieren sozusagen. Also ich hätte sozusagen soundtechnisch anders gestaltet. Aber sozusagen von der Komposition an sich ist das echt gut gemacht. Halt Klangart des Instrumentals könnte hier und da ein bisschen verändert werden, meiner Meinung nach. Aber das Gesinge von der Laura ist wirklich super. Da kann ich gar nichts dran meckern. Wobei ich es ein bisschen anders mischen würde. Aber wirklich top gesungen. Okay, der Songinhalt, der Textinhalt ist natürlich auch keine großartige, inhaltliche, tolle Komposition. Keine poetische Komplexität. Das könnte natürlich auch alles viel besser so sein. Aber an sich ist es sozusagen eine einfache Popnummer, die aber in sich zusammenstimmig ist. Gesang und instrumental ergänzen sich sozusagen. Der Songinhalt wird durch alles unterstrichen sozusagen. Man hat es nicht zu komplex gestaltet. Es ist wirklich eine recht sozusagen massenkompatible Nummer. Die war in sich sozusagen wirklich nicht zu langweilig komponiert ist oder zu inhalts. Also es ist zwar einfach gemacht, aber nicht zu einfach. Und man hat sich nicht zu sehr technischen Spielereien in Produktionsbereiche hingegeben, sondern wirklich eher sich auf eine doch recht komplexe Komposition im Bereich des nicht Komplexsten gestützt, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde natürlich was viel Komplexeres so an sich für mich favorisieren. Aber es ist wirklich eine griffige, stimmige Nummer. Man kann da hinhören. Es reißt einen wirklich mit sozusagen. Es erzeugt ein angenehmes Hörgefühl. Und das funktioniert bei mir auf jeden Fall. Es besteht mich zwar sozusagen, dass mir diese Nummer wirklich tatsächlich gefällt. Ich bin total überrascht, dass es wirklich sozusagen, wo ich eigentlich eher total kritisch wäre, dass das mir wirklich sehr gut gefällt. Aber es ist wirklich eine echt gute Nummer. Also ich bin total perplex, dass Ralf Siegel tatsächlich das Ding komponiert hat. Und dass eine Casting-Ex das singt und wirklich toll macht. Es ist wirklich eine ganz tolle Nummer. Das ist wirklich, man muss wirklich sagen, ich hätte was wirklich, was wesentlich Schlechteres erwartet, was mir absolut gar nicht gefällt. Und was auch sozusagen viel technisch schlechter gemacht ist. Also das ist wirklich eine ganz tolle Nummer. Und ich würde sogar sagen, wenn das weiterkommt, braucht sich Deutschland nicht zu schämen. Jetzt ist dann halt nur die Frage, ob sozusagen live-gesangstechnisch das genauso gut die Dame umgesetzt kriegt. Das ist ja natürlich wieder so ein Knackpunkt. Ich weiß ja nicht sozusagen, was die Dame tatsächlich live drauf hat und kann und so. Aber naja, abwarten, abwarten. Ich lasse mich da überraschen. Aber an sich von der Nummer bin ich schon mal prinzipiell wirklich begeistert. Das ist gut, die gefällt mir. Und da freue ich mich eigentlich jetzt auf den nächst anstehenden ESC-Entscheid. Also den Vor-Entscheid in Deutsch. Von daher also, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, noch eine weitere Nummer, wo ich sagen würde, das entspricht meinem Geschmack. Da würde ich gut finden, wenn das weiterkommt.